also ein bisschen manchmal sind sie nervig und dann kriegst du sie nicht tot also das ist auch immer kacke kann ich nicht setzen also schmetterlinge auf jeden fall die muss auch mit dem kescher fangen ja hab ich ja glaube ich mal ja muss man ich habe noch genug monsterfleisch für mein schweinchen ach so schweinchen habe ich auch noch nicht eigentlich so erstmal das geht ich weiß gar nicht wo ich das her die ganze kacke keine ahnung ich höre bienen vor allem ist das immer noch zu geil mit meinen die nun kriegt kein schaden das ist schon mal geil hier ich hab gleich tag 13 jetzt gleich tag 3 hier brennt irgendwo feuer acht mal jetzt bei dir oder neun mal neun mal nicht scheiße gefunden jawohl hier sind die tiere die waffer los die auch hast dann brauchst du dich auch nicht mehr fast zum kacke kümmern weiß ich weiß das ist schon mal schienen ja ich weiß du hast du aber ein bisschen achten wir können jetzt bin ich für so ein freund hat sie den neuen freund gefunden wie ein scheiß dahin komm schweinchen scheiß dahin komm schweinchen scheiß dahin was nein hast du gemacht das ist viel zum werwolf geworden war das ist das schweinchen ja also attackiert mich scheiße 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 hat nein nein lasst mich in ruhe lasst mich in ruhe töte ihn lass mich lass mich gesagt lass mich naibin alles gut bei euch ich hab gesagt lass mich in ruhe hau ab er wird dich jetzt durchgehend verfolgen ja macht er auch grad gerade dir nicht so viel monsterfleisch geben das ist ja mein ding ist oben warum gibst du dir noch monsterfleisch Piss dich darum weil du nix anderes hattest ne Piss dich und denkst du ich weiß das ist dann zum ja weiß ich doch nicht wer schwein wer wer schwein ein schweinebeermann ja das ist der schweinebeermann das schlimm ist wer das weiß woher der schweinebeermann kommt der hat der ist ein nerd nerd aha zentus bekloppt boah wenn ich schnell gehörten wir können hi boah warte mal eins ist doch hier dann mach ich das so parallel versuch gar nicht erst hin anzugreifen ein schweinebeermann mhm ne würd ich auch nicht also he he so oi das legge scheiße ehrlich was ist warum noch aber die gehen wir nicht eigentlich hin hatte ich auch noch nicht aber ich hab dann eigentlich ne ganz gute insel wieder getroffen wie beim anfang da kann man eigentlich lange durchhalten sondern alles in seiner nähe hat ja so durch da du mir leid naja glaube ich dir nicht aber klar dass du es mir nicht glaubst aber zu aber ist nochmal so es tat mir nicht leid nein tat es dir nicht so nein tat es dir nicht so jetzt brauche ich unbedingt essen da ist ein schmetterling da ist ein schmetterling komm fange hm nein bau mal gleich hier auf ab ihn so viertel leiser viertel leiser komm fange ein schmetterling mhm oh darum ist noch ein bärenbusch aber jetzt sind das wirklich roten was ich da lass mir die ganzen blumen mitnehmen Samen und da Samen ich brauch irgendwas zu essen wieder Samen brauchst Samen zum essen ich hab nicht mehr so viel essen habe ich jetzt hier nicht böse 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 wie bitte denn ein zwölf mal kaninchenfleisch hm hätte ich noch tage mit auskommen können nein ich musste wieder so dumm sterben ja kenn das ja aber das ist blöd wenn das Gehirn auf Null ist dann Gehirn auf Null hast du eigentlich sozusagen schon fast verloren naja ich glaub mal nicht dass du dann ein Zelt haben kannst oder so dass es dann funktioniert weiß ich nicht keine ahnung weiß ich nicht okay genug Sachen für ein Feuer habe ich dabei so das ist ja wieder mein Lieblingsgebiet mit den Tentakeln ich muss hier mal unbedingt weiter rumrennen um weiter abkunden Problem ist ich hab mir ja ganz schön der Schaufel dabei ja da was ist jetzt mit der Schaufel mit einem Pfälzige gefunden so blaue hm hab du nicht so toll dick rabbit hole was kann man damit machen ach du kannst die Kaninchen Dinger schließen ah okay okay was wie ist das das du nicht schließen kannst weiß ich nicht kann ich dir nicht sagen ach so weißt du keine Ahnung nö weiß ich nicht keine Ahnung wüsste ich nicht warum kannst auf jeden Fall schließen ich habe in die Einemalje bekommen ich tippe mal von dem von meinem neuen Partner von deinem neuen Partner? ja also Partner Youtube Partner hm ach guck mal was macht ein Schwein hallo ich glaube mal ja ich schau mal eben ein Schweinchen hm was hat Centus? Centus hat dich was hast du bei mir gemacht? warum hast du mich schon wieder abonniert? hab dich erst hier abonniert warum weil du was gucken warum was was willst du gucken? einfach nur was gucken ach so ah nice hier kommt ab ins Loch rein ich wundere mich gerade warum macht Centus abominiert nicht? hä? hä? was hast du gemacht? hab nur was geguckt ich bin immer noch gespannt wie viele Abonnenten wir denn verlieren aber doch werden einige sein tippe ich mal hm das ist ein Graf das ist ein Schwein oh nein nicht schon wieder so ein Ding oder? was ist das denn hier Tech? was denn? oh nein wieder so ein Zauberer-Ding das sind so gute Sachen ne? hm das denn hier? du hattest doch schon mal so ein Pferdekopf ne? der wie ein Zieharmoniker aussachst oder? was? ich hab ein Portal gefunden ein Portal so eine riesen Tür ne? ja ja geh da nicht rein mach ich auch nicht ich weiß gar nicht was glaub da kriegst du eine neue Welt oder so ich hab das noch nicht durchgecheckt ganz genau ja da steht irgendwas wenn du das machst aber mhm das ist auch wieder schon vercheckt und du vercheckst immer alles ne manche guck ich auch mittlerweile weil wenn ich hundertprozentig nicht weiß wer gar nix drüber weiß muss ich nachgucken ich muss hier Rezepte nachgucken so einmal die zerstören hier ich brauch noch mehr Gold, 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 Gold das Essen erstmal das ist schrecklich wenn du nix zu essen hast, ne? hm ich weiß nicht ich kenn nicht irgendwer ziemlich geil du warst jetzt der Moment? das ist gleich der Tag, der ist super so kann ich weiter erforschen gehen rabe kam und hab ich direkt weggeschaut direkt ein Samer halten, nice mhm ja das ist manchmal das Gute und so die Fall muss ich aufbauen jetzt muss ich gleich den nächsten Tag kacke sammeln damit ich Felder bauen kann mhm komisches Portal ja so ne riesen Tür ist das so ne riesen Holztür, ne? naja mit so ne Zahnrad oben drauf ja ja genau ist nicht gut ist nicht gut ne ne ich wollte es mal ausprobieren wenn ich das irgendwo finde mal und als Single Spieler dann würde ich da reingehen mhm sonst auch nicht man weiß nie was hinter steckt Pfeinchen komm her hier sind doch ne Bärenbüsche ah danke für die kacke dankeschön da Bärenbüsche her damit ich hab den einfach mal ein Pilz gegeben gegeben ja ich glaub Pilze sind immer gut für Schweinchen fuck aber ich weiß nicht wie man die großen Dinger zähmt mhm wo ist meine Dose? da meine Büchse meine Büchse der Ventura mhm Willow's Light hier sieht schon irgendwas von mir weiß ich auch nicht weißt du niemand geschrieben hat was? nein nein bleib wo ist mein Lager? wo ist mein Lager? ja wo ist es denn? wo ist es denn? da irgendwo da irgendwo irgendwo da irgendwo 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 ich find hier grad voll viele Pilze so komm hey Schweinchen na alles fit bei dir Pilze alles kochen hier zack wenn ich dir wieder was zu fressen geben komm her ich bin Hunger oh ich hab mal was bekommen das war direkt gegessen muss ich dir noch was geben oder willst du jetzt nicht mehr? nix in der Trap drinnen scheiße ne jetzt will er nicht mehr dummes Missy du musst fressen wo ist meine Wehrenansammlung? hier plant komm ich hebe mal in das Grab aus plant plant ach ein Tentakel komm da raus ist der Tentakelarm? ja ja der hat 100% nein der kann sie mit zuhauen nein nicht so einer ach so so ein richtiger Tentakel hm hier Schweinchen kannst du essen willst du nicht? was willst du? willst du denn den hier? aber Pilzfrister danke für deine scheiße oh nein bisschen böser Rabe ich hab drei stück schon wieder und drei mal Kacke gewählte scheiße pilz ich weiß nicht okay ja nicht dass irgendwas böses passiert dann ist es passiert so die bienen tun ein gott sei noch nix ich hab mal tage von das ist wenn es nicht doch mal wenn du so ein hast kannst du das mal auf dieser welt mal ein bisschen gas geben das ist ja das problem hauptsächlich kiste backpack und ein bisschen werkzeug dann kannst du eigentlich nur noch farm sachen aber ich kenne das spiel auch nicht dass man weiß was man wirklich direkt erst braucht oder so was das ist geil was ist geil das ist nichts von weiß was du machen musst scheiße ist das ach man was schmeiß ich denn jetzt weg ist wieder kein platz das mann ist monsterfleisch so haben wir noch im kopf die sachen dabei habe ich brauche ne ach guck mal ne axt also bei dem buffer los ne du darfst du musst du kurz vorbeilaufen einsammeln und direkt weitergehen sonst werden sie aggro ja weiß ich vom letzten mal die staunen sich jetzt auf die bauen sich so nein das ist mein gebiet kommt man so nach dem motto aber du kannst hier irgendwie zählen ja kannst du auf jeden fall hier komme ich natürlich nicht weiter noch mehr essen ich will mal überlegen ne mach es dieses komische zeug ist hier wenn du es machst dann keine ahnung was da passiert dieses komische zeug ne schon gut glaube ich ja gerade nur Mist ja ist ja geil Trutan hat sich in den Busch versteckt ne oder wieder versteckt und weg ist es weg ist der Trutan auch wenn du den Applaus komm das hier nicht raus geil ne wenn ich eigentlich sagen wollte man sollte eigentlich mal Gras sammeln mehr unterwegs was man gerade so findet und dann mal diese Wallen bauen vielleicht sein Gebiet dann besser geschützt oder sowas ja dann ziehe ich natürlich auch was kosten die Dinger denn ich weiß es gar nicht so viel kosten die gar nicht komm ich mach mal die Tentakel weg ich hab ein Buffa ich hab so ein Buffalo Root auf und Buffalo Wolle ok jetzt hab ich gar keinen Platz mehr nicht schlecht äh was kommt weg die Axt ah ne die Spitze kommt weg ich bin fast wieder bei meinem Wurmloch gelandet ich hab ein neues Wurmloch gefunden gerade das ich geiler wenn ich losgelaufen bin zum Buffalo halt geil kann ich das jetzt hier ja ich glaub die machen mir jetzt gar nichts oder das kann ich durch die Tentakel ja ich hab keine Ahnung ok Akku wird er auf jeden Fall nicht den muss ich auf jeden Fall weglegen den muss ich auf jeden Fall weglegen den muss ich auf jeden Fall weglegen ja was wieder das ist das Problem ab und zu oben noch bitte so dass denn für ne Melodie gerade du 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 tuh haue keine Ahnung dunkel 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 ne Lager voll das war knapp ich hör schon wieder spinnen ey ach, man pizze kochen hier gehe ich nicht weiter oder erst mal mal die sachen kochen obwohl die zieht sollte ich mir mal aufgefahren ach so jetzt spinnt er wiederum hier 20 29 sollte ich mir mal so ein bett bauen wir machen nur ein gehirn von welche alle ja nein bei mir der rote jetzt zum beispiel untergeschlagen das gehirn aber stimmt auch nicht und was macht in der rote pilz noch ich brate mal kurz zu händen und mir schon der tag 15 habe ich jetzt blau macht gehirn voll blau 89 ach so macht jetzt aber gehirn runter deswegen ja habe ich gedacht alle pilze also schon wieder getrunken jetzt muss ich schnell nach hause grün macht grün gebraten grün ungebraten beharten welchen weg muss ich laufen den blau macht gehirn hoch ich bin gleich da voll jetzt so schnell im bett köft mal so ein scheiß froschi froschi frosch komm her komm her komm her komm da rein und gefangen ist ein weg so ein pilz wieder die roten die roten füllen nur das herz auf ja vielleicht was ist das denn für ein stab pick auf hey brown das sind fünf stadt zu erkennen legen für dich ja ich weiß du hast hunger ja was schön ist das heißt schön ist und zwar die laufen die schmerzen die schmerzen jetzt habe ich wieder platze als formen doch den platz damit ich habe jetzt nicht so viel jetzt habe ich wieder so wenig holz oder was ich bin hier jetzt habe ich die laufende chest das ist geil die ist geil ne ich habe mich erst erschrocken alter was was folge ich denn hier was will das ding von mir hm aber jetzt weißt du gerade zeit dass das nur eine laufende chest ist ne ja ich glaube du hättest hier auch erschrocken du wärst auch nur die ganze zeit gelaufen ich habe mir überhaupt gedacht was ist das denn ach so dann ist die chest ja wenn ich vorhin noch so ein bild gesehen habe von der chest ich habe mal vor dem mazgaus geguckt ah nein äh wir haben ja fast schon eine stunde wir haben schon ja ich weiß vielleicht eine dritte stunde in fünf minuten ja eine dreiviertel boah ja in fünf minuten haben wir eine dritte stunde ja wo hast du jetzt die chest hingefacht ja aufgegessen aufgegessen äh wo ist die chest ja äh 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 da ist noch mehr scheiße da sind die fischer da sind die fischer nein komm lass mich lass mich achso weil das ein kleines weil das ein kleines kind dabei ist deswegen ich muss jetzt meine chest hin ich lass meine chest in ruhe ja alter schwede ich weiß gar nicht ob du den jetzt auch aktivieren kannst und habe ich habe ich ja gut und ein worb daneben maine ich mache das ein kleines